Von seinen Fans vermisst. Florian Silbereisen, wie vom Erdboden verschluckt. Verschollen und unauffindbar. Von Florian Silbereisen fehlt seit einigen Wochen jede Spur. Da an Florian Silbereisen, 42. Deine 242.000 FollowerInnen warten auf ein Lebenszeichen von dir. Krank oder zu beschäftigt? Florian Silbereisen glänzt mit Instagram-Abwesenheit. Keine Instagram-Story, kein Schnappschuss von Decke oder den aktuellen Dreharbeiten für die neuen Traumschiff folgen. Obwohl Florian Silbereisen auf seinem Account immer wieder private und auch berufliche Einblicke teilt, herrscht seit nunmehr drei Wochen absoluten Netzfunkstille. Wo Florian alias Kapitän Max Parger steckt. Das wissen nur die Schlagergötter. Allerdings gibt die Instagram-Story von seiner Bayatpur einen möglichen Hinweis zum Verbleib des Sängers. So verrät die Freundin von Traumschiff Badé und Exe verliebt in Berlins Star Manuel Cortés, 45, der sich aktuell ebenfalls an Bord des Dampfers befindet und zuletzt für die Rolle Matteo Dias Dritte, Zwischenbericht aus dem Krankenlager, dieses gesamte Schiff hustet. Wir haben uns echt wacker geschlagen, aber gestern war echt schlimm. Durchaus denkbar, dass Florian Silbereisen ebenfalls das Krankenbett hütet und sich deswegen nicht bei seinen Fans meldet. Oder aber der ZDF-40 ist schlichtweg zu beschäftigt. Untertitelung des ZDF, 2020